Ich lieg gerade im Sterben, oder? Kinder heutzutage finden sich ja schnell mit der Realität ab. Und wer bist du? In der westlichen Welt kennt man mich eher als Händenmann. Derzeit gibt es weder im Himmel noch in der Hölle einen Platz für dich. Mein Vorgesetzter wird dir sicher alles erklären. Yusuke Urameshi. Ich gebe dir dein Leben zurück. Und im Gegenzug wirst du ein Geisterdetektiv. Und was soll das sein? Deine Aufgabe wird es sein, in der Menschenwelt Fälle zu lösen, an denen Yukai beteiligt sind. Du gehörst zur Geisterwelt? Komm mir nicht in die Quere. Ich bin froh, dass du so kaltherzig bist. Denn so muss ich meine Grausamkeit nicht zurückhalten. Ich werde stärker sein, als dieser Mistkern! Ich habe es wirklich geschafft! Dein Blick ist entschlossen. Dann wollen wir uns mal aufhören. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Jusuke, bloß nicht zurückhalten! Jusuke! 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 Untertitelung des ZDF, 2020